Komfort und Wohnen, ein namensprogramm. Wunderschön, diese großzügige Gruppe, zierlich in jedem großen Raum, mit der Möglichkeit die Sitztiefe zu verstellen oder auch die Lümmeltiefe. Sie sehen, hier haben wir großzügig Platz, hinten die Möglichkeit Kopfstützen einzustecken und unten genügend Platz für Haustiere und Hausgeräte, die reinigen. Na, einmal ist diese seltene U-Formation im Haus, also wer klickt, gewinnt. Klick!